also zwar eine richtig coole neue folge farming simulator wir werden uns heute ein zelt kaufen ich bin noch nicht mehr der steuerung vertraut also 21 ok die anfangs für 150.000 warte leute und leichter mit sein fenster reichen wenn nicht dann aber 135.000 jetzt sind wir bei gesamte 390.000 noch 160 das stelle ich auch mal gleich ein dass der mode hilfe mode das kann ein bisschen laut werden aber keine angst ich bin farminsulator part 1 die 21 der hilfe kann ja einfach ausgesprungen mit e dass man mich auch gut hört die bäume müssen für jeden fall dann weg das es ich habe Das war's. wir versuchen millionär zu werden also da schreibe ich mich jetzt zitteln das kann ich mit der Sprechner Das war's. Das ist, mein Plan ist es jetzt so, Leute. Die Bäume abzusägen und die gleich mitnehmen zum Transport, wenn sie Transportfähigkeit fechstet. Die Bäume abzusägen und die Bäume abzusägen. So, ich muss kurz weg. 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 so wird er das schön machen so wird er das schön machen Okay. Vielen Dank. 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 Last like und ein wunderschöne Saro.